Ich zerstöre euch! Nein! Nein! Hey Leute! Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Freemear-Kanal. Leute, heute wird es richtig cool, denn wir haben eine neue Challenge. Eine neue Royal Eggs Challenge. Ich habe das Gefühl, die Royal Eggs werden hier zu unserem Slime-Content irgendwie geführt. Ja, aber freut uns, weil das ist immer gut und euch freut es auch. Und heute geht es tatsächlich um diese drei Türme... Nicht anfassen. So, und heute geht es darum, diese drei Türme... Umzufahren! Ja, und zu zerstören. Und ich habe auch schon in einer dieser drei Türme hier, das sind so Pappkarton-Türme, habe ich auch schon das Royal Egg versteckt. Du müsstest dich für einen Turm entscheiden. Natürlich kann es sein, dass der andere Turm auch einstürzt. Aber für den Turm... Ich sag vorher, welchen Turm... Genau. Und den musst du auch wirklich zerstören. Wenn du den nicht zerstörst, oder du vorher in einen anderen reinfährst, dann hast du natürlich die Challenge nicht gewonnen. Für welchen Turm entscheidest du dich dann? Ich entscheide mich für Turm Nummer... Drei. Okay, schön kaputt machen bitte. Fahr einmal ganz normal da rein. Wie du willst. Bisschen langsamer, aber dann ja, so wie es aussieht... Da war ein ganz schönes Royal Egg. Nein, das Royal Egg ist immer hier ganz oben versteckt. Schau doch mal bei Nummer zwei nach. Damit wir das Royal Egg auch sehen können. Das ist doch einfach nur rausholen soll. Jetzt musst du es gleich wieder aufbauen. So, da ist das Royal Egg natürlich ohne Pad noch. Aber wenn du zwei umgefahren hättest, den zweiten Turm... So, und äh... Dann baue ich jetzt wieder auf? Dann baust du auf... Gar nicht mal so einfach? Bleib doch stehen! Bleib doch stehen! Für welchen Turm entscheidest du dich? Ich entscheide mich für... Turm Nummer drei auch nochmal. Okay. Aber ich mach das ein bisschen anders. Mhm. Ich fahr jetzt so voll da rein. Wow! Boah, aber passt bitte auf, ne? Ja, ich muss über den Kopf aufpassen. Ja. Warte. Da bin ich in die Wand. Nein! Da war es nicht. Wo war es? Bei eins? Ja, es war bei eins. Nein! Ging aber voll schwer, das wieder aufzubauen, ne? Ja, ich weiß. Ich weiß. Oh Mann, ey. Naja, viel Spaß beim wieder aufbauen. Danke. Wie hat es sich angefühlt? Ja, aber es macht Spaß. Es macht voll Spaß. Man muss halt natürlich... Wir müssen mit der Wand aufpassen. Wenn du willst, können wir auch einen Helm tragen. Sonst holen wir mal die Helme. Also bisher haben wir noch nicht so viel Erfolg. Ist aber überhaupt nicht schlimm. Ich habe extra diese Kartons zusammengebaut. Nein! Nein! Okay. Gut. Ich lasse das Royal Egg mal in Turm Nummer eins. Mach gucken, ob Danja das schafft. Okay, Danja. Okay. Ich habe die Türme wieder vorbereitet. Ja. Für was entscheidest du dich? Eins, zwei oder drei? Ich fahr in die Eins. Du fährst in die Eins? Ich fahr in die Eins. Okay, wie fährst du denn? Ich möchte jetzt mal einen coolen. Also, du setzt dich hin und fährst da hin, okay? So, hier hin. Ups. Ich hoffe, das geht doch manchmal meine Hosen kaputt. Das wäre auch ganz spannend. Tja. Ja. Huch. Nein! 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 Ha! 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 Sie hat einfach jeden Turm zum Einsturz gebracht. Ey, du bist so schlecht. Du bist so schlecht. Nein! Sorry, das Royal Egg bekommst du aber nicht. Warum? Das war doch in der Eins. Das war in der Eins, aber du bist erst die Zwei umgefahren und dann erst die Eins. Aber ich habe noch nicht. Nein, nein, nein. Das zählt nicht. Nein, sorry. Du hättest ganz klar erst die Eins umfahren müssen. Ich habe erst die Eins umgefahren. Ja, aber du hast erst die Zwei erwischt und dann erst die Eins. Nein, ich habe die Eins getreten. Nein, sorry. Das war für mich nicht deutlich. Nein. Es war ein Turm eins, aber du hast den falschen Turm umgefahren. Also, im operativen gab es da ein Problem. Nicht im strategischen. Also, du hast alles soweit gut durchgedacht. Alle Türme umgefahren. Ja, so. Viel Spaß beim Aufbauen dann, ja. Ich entscheide mich für drei. Und wie möchtest du fahren? Ich fahre jetzt auf den Bauch. Warte. Okay. So. Okay. Du musst vorsichtig sein. Ich entscheide dich für Turm Nummer drei, bist du sicher? Ja. Okay. Und? Ja, da war das Eck drin. Großes. Jaaaa! Es hat sich gelohnt. Ja. Es hat sich sehr gut gelohnt sogar. Ähm. Nicht nachmachen, ne. Wir haben das extra mit dem Helm gemacht und ich stoppe ja auch immer ab. Was? Hast du es gut drauf? Ja, hab ich. Ja. Ich hab's perfekt drauf. So. Okay. Damit führe ich 1-0. Ähm. Geh mal raus. Ich baue nochmal einen neuen Turm auf. Das war ein Erfolg. So. Jetzt baue ich mal wieder den Turm auf. Dannja! So. Helm auf. Wo ist mein... Ne, das ist deiner. Nein, das ist deiner. Wirklich? Jaaaa! Ey, was ist denn mit dir los heute? Heute? Bist du zu oft gegen die Wand gefahren? Ja. Okay, Danja. In welchem Turm... Ist das Royal Egg versteckt? Ich sage, das Royal Egg ist in Turm Nummer 3. Okay, schauen wir mal... Wie wird sie fahren? Wie wird sie ihn zum Umsturz bringen? Ich fahr nochmal normal. Okay, fahr so... Ja, würde ich auch sagen. Dann gehen wir auch Hocke mal gucken. Ja. Okay. Let's go! Ohhhh! 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 Das ist voll doof, wenn man extra was umfährt und dann ist es dann nicht. Ja, ich weiß. Das ist aber der Sinn dieser Challenge. War in Turm Nummer 2. Ich dachte, du entscheidest dich für Turm Nummer 2. So. Dann wünsche ich dir wieder viel Spaß beim Aufbauen. Zehn Jahre später. Ich glaube, du hast dir die Arbeit gar nicht gemacht, das Royal Egg woanders hinzupacken. Deswegen fahr ich jetzt auch mal normal in Turm Nummer 2 rein. Ein Tick. Ja! Es waren zwei, ne? Ja, was? Yes! Es waren zwei! Damit hab ich mein zwei. Zweites Royal Egg! Warte! Yes! Zweites Royal Egg! Sehr gut! Heldenhaft! Hast du gesehen, wie ich davor... Hast du das drauf? Hast du das drauf, wie ich reingefahren bin? Ja, natürlich hab ich das drauf. Nein, ich hab kurz bevor du reingefahren bist, die Kamera umgedreht und auch nicht gefilmt. Schön! So, Danja, du hast mal wieder die Auswahl. Helm auf! Ich hab irgendwie das Gefühl, dass ich jetzt wieder nicht den richtigen Turm erwischen werde. Aber es lohnt sich ja schon alleine, um da rein zu fahren. Wollte ich grad sagen, alleine das macht ja schon Spaß. So, für welchen Turm entscheidest du dich? Eins, zwei oder drei? Ich entscheide mich für Turm Nummer... Okay, ich fahr in die Eins. Fahr aber auch dann diesmal in die Eins. Ich wüsste... Das letzte Mal bin ich in die Zwei gefahren, ne? Klasse, Danja. Klasse. Es war in der Eins. Klasse. Einmal die ganze Wand kaputt gemacht hier. Ja. Ja, aber ist gut. Macht dir Spaß, ne? Ja. Ja, ich weiß. So, es war in der Eins. Das heißt, ein Royal Egg darfst du heute auch öffnen. Ja. Ne? Kann. 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 So. Rutsch mal, ich muss... Ja, Entschuldigung. So. Welchen Turm willst du nehmen? Was? Welchen Turm willst du nehmen? Ich... Oh Gott. Jetzt hatte ich jetzt leider nicht drauf. Es tut mir leid. Ich krieg's nicht hin. Bapp, 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 bapp. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100. Heißt? 2. Okay. Ich bin gut, ne? Wenn es um Zerstörung geht, bin ich einfach gut. Ja. Weil ich fahre nicht nur gut um, sondern ich fahre auch um. Okay, Daniel, tatsächlich ist das deine letzte Runde jetzt. Voll sad. Ja, macht Spaß. Aber keine Sorge, das war nicht das letzte Mal, dass wir mit diesen Kartons was machen. Okay. Da kommt noch was. Pass auf, ich fahre einmal mitten rein, würde ich sagen. Das heißt? Einmal in die Mitte. In die zwei? Ja, gut. Einmal in die Mitte. Ich überlege nur gerade. Keine Handstand. Ja, alles klar. Setz dich doch einfach drauf. Boah, ich habe voll Angst, dass ich das letzte Mal sie mit drauf gesetzt habe, dass das doch so voll eskaliert. Ja, stimmt, hast du recht. Ich bin auf den Rhein, okay? Drei, zwei, eins. Gut, dass du den Helm hast. Voll auf deinen Kopf. Aber du hast zumindest das Rhein-Eck gefunden. Und du hast es auch kaputt gemacht. Stark. Und ich hab halt hinten auf dem Skateboard. Ja, habe ich gesehen. So, okay. So, eine letzte Runde habe ich jetzt noch. Du hast bisher zwei Royal Eggs, ich habe zwei Royal Eggs, okay? Klasse. Ist ja nicht so, dass wir es nochmal brauchen. So. Okay, kann das dein Helm? Ich entscheide mich für eins. Okay. Bist du sicher? Ja. Bist du sicher? Ja. Ja. Bist du sicher? Das war der richtige Turm, oder? Ja, damit hast du jetzt ein Royal Egg mehr als ich. Das heißt, ich bekomme drei, du bekommst zwei. Ich glaube. Yes! Ja, Leute, das war auf jeden Fall. Dann bekommst du nicht sogar vier? Nein, ich bekomme drei. Wir machen mal drei, ist okay. Komm, bleiben wir drei. Na? Ähm, Leute, also wir öffnen jetzt noch kurz unsere Royal Eggs bei Adopt Me. Aber. Willst du sie umfahren? Komm, da, willst du umfahren? Ja, ich will sie umfahren. Ja, los, komm, hier, nimm den Helm. Ich zerstöre euch. Oh Gott, da bekomme ich echt Albträume, wenn ich das sehe. Ja, geschehen. Aber ich bekomme bei deinem Gesicht auch so Albträume. Ja, eben, das kann doch eigentlich gar nicht. Los, komm! Danja, 25, hat Spaß in ihrem Leben. Ich bin 24. Ja, ich... Gut, vielen Dank, Danja. Ja? Dann öffne ich mal die drei... Das ist mir eine Freude gewesen. Also vielen Dank für deine Robux diesmal. Es ist ein... Schneepuma. Cool. Sweet. Süß. So. Und wer bist du? Bestimmt ein Einhorn. Oh, ein Shiba Inu. Shiba Inu. Die habe ich alle gestern weggegeben, siehst du? Shiba Inu. So. Shiba Chabab Didu. So, und jetzt kommt... Mein Royal Egg Nummer drei, was ich verdient habe. Es ist nochmal ein Fuchs. Cool. Okay, Danja, dann kriegst du jetzt noch zwei von mir. Yes. Also ich finde, wir haben uns unsere Royal Eggs heute wirklich verdient. Das finden sie allerdings auch. Okay. Wenn das jetzt ein Einhorn wird, dann kriegt sie viel. Dann hat das ein Hund, ein Chocolabrador. Okay, auch süß. Ist das ein Einhorn? Ist das ein Einhorn? Nein, ist das ein... Nein, ist das ein Shiba Inu. Ja. Hattest du nicht auch gerade einen? Ja, hatte ich die auch. Leute, das war sie. Unsere Challenge hier mit unserem Turm. Fahr den richtigen Turm um oder lass den Turm richtig... Ich weiß noch nicht, wie ich es genannt habe. Auf jeden Fall war es sehr, sehr witzig heute. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, das stimmt. Und wie gesagt, das mit den Türmen, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein heute. Ich hoffe das. Ja. Ich hoffe das. Hat sehr viel Spaß gemacht, ne? Ja, ich weiß. So, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.